Ah ne, komm wieder Rekrut. War schon geil. Ja, der eine nipps 150er Ping. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Ja, geil. The Forest, Überlebenskampf, Beginn ab November auf PS4. Geil. Da freue ich mich drauf. Ah, The Forest? Ja man, mega geil. Wie viel? Was meint ihr, wie viel kostet? Weiß nicht, ich denke so 40 Euro oder 50. Wenn du es mal hast, kannst du es für mich vorbestellen? Wenn es hier übers Internet holt? Dann muss ich gucken, ich weiß nicht, ob man es vorbestellen kann. Ja, ich würde es lieber auf CD haben. Über was? Ja, ja. Auf CD. Wo sind die, die sind unten, ne? Ja, ganz unten. Mach mal hier auf. Ach. Mach mal hier auf. Ach, scheiß Echo, Alter. Ich hasse Chalet, Alter. Ich hasse Chalet, Alter. Wird am 6. November 2018 auch für PS4 erscheinen. Egal, es sind noch zwei Monate hin. Mhm. Egal, die haben ja gesagt, dass sie sich im zweiten Quartal des Jahres rausbringen wollten. Ich habe aber ja so gedacht Oktober oder früher. Naja. Wird auf jeden Fall erstmal geholt und dann überlebt. Sag mal ruhig. Ich bin das sogar... Die Sprengladung ist scharf. Ach, scheiß. Die Sprengladungen sind bereit. Hahaha. Ich habe einen gemütlich. Oh mein Gott. Hahaha. Geil. Was denn? Mit der Sprengladung habe ich den erledigt. Nein. Geil. Ja, ich kann nichts sehen, weil ich wieder im Warte, bitte bei dem Schirm bin, ey. Fick Konsole. Sag mal ruhig. Warte mal, A's? Ist das ein A's? ich kann nichts machen ist das ein alter ist das nächste ist das erstmal erstmal spaß